Musik Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Slime Rancher Das machen wir mit dem Tito LP Jo Leute Ich schwöre, man hört sich kein Schlück, aber ist mir jetzt eigentlich scheißegal So Wir haben das auf jeden Fall noch leider nicht freigeschaltet Kostet auch 10.000 fucking New Keine Ahnung wie das heißt Jetzt habe ich die scheiß Währung vergessen auch noch Ja, was gibt es denn dafür? Was kann man denn dafür holen? 13 Steinhühner und 8 Herzröben, Alter, das ist eigentlich voll der gute Trade Das ist eigentlich voll der gute Trade Hol ich mir Wen lang geht das? Wen lang geht es noch? Mochi Miles Die Musik macht mich auf jeden Fall an Es ist schöne Musik Oh ja Ja noch mehr Obwohl, pinke Slimes brauche ich eigentlich gar nicht Weil ich ja noch keine hohe Wände habe und das dann abfuckt Ja, weg mit euch alle So, ich brauche ein paar Steinslimes Wo seid ihr denn? Ihr kleinen Haralds Erstmal ein Gokokkel Der ist eine neue Entdeckung Oh, cooler Stapel Koppelett ist mal eingesammelt Küken brauche ich nicht Ja, ja Ich will aber den Ich will den Fels Brr, also die hängen immer noch aufeinander Brr Ja, wahrscheinlich Ich stell mich auch noch drauf Ich stell mich auch noch drauf Nein, ich hab' die umgeworfen und die steht immer noch Ich kick die Weg und ich steh immer noch aufeinander Brr Hä? brr, okay, ahah, alles klar Ich würd mal sagen trololololo, oder so Die haben sich halt gern Ganz genau Ich würd mal sagen, man hört sich immer noch nicht Ich mach' den Clip lauter, dann hört man dich Ich hoffe, man hört ihn. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Alter, was war das denn für ein Harald? Alter. Na du. Du dicke, fette Katze, Alter. Alter, dieser Ausdruck ist mein Gesicht, wenn es Essen gibt. Alter. Alter, kriegt ein Gokokkel. Hm. Na? Arslag. Oh, weg ist er. Haben vielleicht die noch Cube Berries? Nee, haben wir nicht. Oh, da hier gibt's... Oh, Steinhuhn. Nein, ich will die Karotten nicht haben. Ich will bitte ein paar Tabby Plots. Nein! Boah, der hat ja zum Glück nicht gegessen, ey. Was ein Asdruck, der wollte den grad essen. Aber der kriegt nichts von meiner Tabby-Scheiße ab. Von meiner Miets-Scheiße. Die haben auch echt keine Hobbys. Die wollen nur Kinder erzeugen. Aha, ich kann die nicht aufsammeln, aber ich hole die für euch vom Baum. Ich hole euch die runter. Kleiner Jog zwischendurch. Gefällt doch jedem. Gut, keiner hat gelacht, war mir klar. Es ist mir eigentlich egal. Es ist mir so egal. So, Fels-Slimes. So. Dann gehen wir jetzt erstmal verkaufen. Zack. Oh Gott, Geld. Es wird schon Nacht relativ. 18 Uhr, ne? Da hinten war ja eben noch so ein fetter, fetter pinker Slime. Oh, da in der Ecke. Geil. So. Kommt her. Oh mein Gott, sind hier viele? Auf jeden Fall eine schöne Sache. Ach ja, Leute. Weil T2LP redet ein bisschen wenig, weil er einfach keine Lust hat zu reden. Er sieht das gar nicht ein. Er hat ein Schweigegelübde abgelegt. Er ist nun ein Mönch geworden. Pink Plans. So, Mann. Pink Plans. Rein da. Ich brauche nur 425. 20 die Kündigungen machen und wir machen jetzt gleich nämlich die Verlieben von Mietz und Fels ein Fangnetz für oben und zack jetzt haben wir uns ein Fangnetz drüber wenn ich ein paar Felsplots wenn ich mir die direkt wenn ich ein paar Felsplots und Pinkplots reintun naja ich kann ja gar nicht mehr rennen ist ja zu wenig Energie so zack eigentlich habe ich nie konkrete Pläne außer dieses Mal halt so viel zu sammeln dass ich auch mal das Fangnetz für oben bekomme und dann Hybriden machen kann das bringt ja nämlich richtig viel dann kommt das nämlich erst richtig in Fahrt ja ok danke fürs Wegfressen du kleine kleine Mistgeburt boah diese Felslampe ist einfach so selten zu finden wenn man nicht grad mit Hybriden macht oder halt noch nicht noch nicht wird aber auf jeden Fall gleich noch passieren da liegt eine Schatzkapsel da ist ein da ist ein Teer oh mein Gott da ist ein Teer Leute ihr seht live wie ein fucking Teer alle Leute wegreckt ich finde es geil aber ich bin weg der kann ich nämlich easy wegrecken wenn ihr in der Nähe von einem Teer seid machen geht einfach weg ich bin auch gar nicht dran gewöhnt dass sie etwas zu viel das ist so viel Energieverbrauch fürs Sprinten deswegen versuche ich manchmal einfach zu sprinten obwohl es gar nicht funktioniert oh ja so sind wir auch schon wieder hier die Pinkplot packen wir auch gleich wieder weg äh packen wir nicht weg sondern packen wir hier rein kann ich die auch noch mehr reinpacken ne kann ich nicht ok ja Leute kleiner Cut hier ich werd kurz mal die ja Leute mir ist grad aufgefallen ist schon auf voller Lautstärke ja gut wenn man es einfach nicht hört ist nicht mein Problem ich hab auch einfach gar keine Karotten hab ich überhaupt irgendwo einen Garten angebaut hä hä hab ich einfach wirklich nicht super da wollte ich Karotten in der Wildnis sammeln hm ich brauch auf jeden Fall Karotten damit ich diese damit ich die Steinplots noch hinkrieg aber ich hab keine Ahnung ob wir in dieser Folge noch die Hybriden schaffen da bin ich mir nicht zu 100% sicher ja ich kann nur hoffen oh da ist aber noch der Ter oder hat der sich grad aufgelöst ne der hat sich grad aufgelöst ok so noch hier immer noch auf der Suche nach Stein aber äh was für Stein eigentlich auf der Suche nach Karotten es ist eine aussichtslose Suche ich würd sagen ich mach kleinen Cut rein bis wir paar Karotten gefunden haben und zu den und zu unserer Farm zurückgekehrt sind gut Leute wir sind wieder zurück haben jetzt auch Karotten so 5 da brr ok 5 davon ah ja wir haben auch einen Phosphorplot 5 von den boah bin ich dumm brr ja danke du kleiner Harald dich kann ich nämlich jetzt verrotten lassen man weil der stirbt eh am Tag stirbt eh der verdunstet einfach das macht mich traurig nicht ja zack ich hab immer eigentlich ein bisschen Angst bin immer ganz vorsichtig wenn ich hier drin bin weil die machen einem Schaden ach ja Leute es sind auch endlich Ferien es ist es ist so geil endlich Ferien zu haben da oh ja die Kiste oh mein Gott Herzrüben und Steinhühner 8 Herzrüben aber wo ist das letzte Steinhuhn wo ist das fucking letzte Huhn da stand 13 Steinhühner oder 12 keine Ahnung ah da ist es 13 ja 13 Steinhühner jetzt soll ich auch Herzrüben anpflanzen anstatt Karotten auch nice zack jetzt können wir aber auch paar Meats Slimes füttern weil die essen ja gerne Fleisch ein paar Steinhühner will ich noch behalten weil die bringen es ja auch ganz gut so pack die Slimes zurück so noch ein paar Plots aber egal ja jetzt hab ich wo habe ich dann mal das Teil denn denn ja hier bringt aber nichts weil ich brauch Stein verpiss dich hab ich noch Steinplots noch bin ich behindert eigentlich hier pack noch rein pack rein hier dann gibst du mir Steinplots ich will nicht sterben bitte 10 Leben 10 Leben und fast ein Blut das hat uns der Tod eingeholt kann ich nicht werden nein ein wenig noch haben ho ho ne alle herzlichen ah nein da war noch die Wir sind tot. Kleiner Applaus für mich auf jeden Fall an dieser Stelle. Keinen herzlichen Dank. Die ganze Scheiße ist einfach weg. Jetzt bin ich traurig, muss ich sagen. Okay. Leuchtig wird sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut auf jeden Fall auch bei Tito und Let's Play vorbei. Abonniert ihn, abonniert mich, liked dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.